Der Rapesco Zero 65 Locher mit einem Griffdesign aus einem Stück für einfache Bedienung, eine einstellbare Papierführung, sperrbare Griffschalte für einfache Lagerung, ein Namensschildfenster und eine Klappe für das Konfettifach. Dieser stilvolle, hochleistungsfähige Metalllocher locht bis zu 65 Blatt, macht Lochen im Hochleistungsbetrieb zu einem leichten. Der Rapesco Zero 65 Besuchen Sie noch heute rapesco.com